Hi, es ist wieder soweit. Wir dürfen euch endlich wieder in unsere schöne Halle lassen. Ab Montag, dem 8. März. Dafür sind so ein paar Bedingungen zu erfüllen. Bitte macht unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse einen Termin. Ganz wichtig, wir dürfen nur Leute mit Terminen in unser Haus lassen. Wir haben so viele freie Personen hier freigeschaufelt, die euch dann die Showroom zeigen können. Also wir versuchen möglichst schnell euch da auch was anbieten zu können. Nächster, zweiter, wichtiger Punkt bringt eine FFP2-Maske mit. Wir müssen alle mit diesem Schnorchelschoner hier durch die Halle laufen. Und dann wird das bestimmt ein lustiger Tag und ihr könnt euch das alle wieder in live von den Fahrbahn kommen. Danke euch. Ciao.